Moin Leute, noch mal ein kleines Update. Ich habe die Tore aus dem Löwentanz auseinandergebaut und dann hier vorne als Eingangstor hingebaut. Habe eine Mauer noch mal drum gezogen. Hier vorne habe ich einmal testweise diese Ingottfliesen hingelegt. Davon werden irgendwann die nächsten Monate hier noch ein paar eintrudeln. Habe ich schon was vorgestellt. Habe ich mal die Mauer einfach angetestet. Zwei Steine jeweils gegenüber und vier Steine hoch. Da sind ein paar Mauersteine draufgegangen und oben habe ich dann noch mal die Fliesen draufgelegt. Habe alles einmal auf Plates gepackt, damit ich das dann später besser runterkriege, weil es ja noch modular sein soll. Und habe hier mal angetestet, wie man das dann vielleicht machen könnte mit dem Übergang. Zusätzlich habe ich hier oben noch mal so eine Gelande hingehängt. In der Mitte ist eigentlich dieses Zeichen, aber das wäre dann genau über den Schriftzug. Irgendwie habe ich das Gefühl, da oben fehlt noch was und das ist noch mal so eine kleine Ergänzung. Das macht jetzt noch mal ein bisschen mehr her, finde ich. So schaut das jetzt aus. Vielen tut natürlich jetzt noch der richtige Treppenaufgang. Ich glaube den weißen Treppenaufgang hier, den werde ich dann auch wegnehmen. Der ist jetzt hier auch nur einfach hingelegt. Das passt irgendwie vom Farbton an nicht so richtig, finde ich. Und dann muss ich noch mal gucken, was ich hier drin mit dem ganzen grünen Zeug machen will. Also das jetzt noch mal voll mit Fliesen packen. Ich glaube das wird dann zu grau vielleicht. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich später hier die Fliesen runterlege, da Fliesen runterlege und hier vielleicht irgendwie noch so ein Blumenbeet hin oder so. Mal schauen. Dann war mein Sohn noch so nett und hat mir drei Baseplates voll mit Fliesen gemacht. Da sind einfach nur ein Baseplate, dann vier mal vierer, schwarze Plates und dann die Wasserfliesen oben drauf. Mehr ist das nicht. Einmal rumgelegt und dann immer versetzt die nächste Reihe. Auf die drei Baseplates mit dem Wasser werde ich dann wahrscheinlich mein Schiff draufstellen, was da oben ist. Und ich werde dann die Plates wohl noch hier hinterlegen. Das passt hier auf den Tisch nicht. Vielleicht mache ich auch noch drei mehr, aber das wird auch eine Messe dann wahrscheinlich passen, wenn ich so viel Platz kriege. Okay, das soll es gewesen sein für heute. Mal gucken, wie schnell das nächste Update kommt. Mittlerweile geht es ja Schlag auf Schlag hier. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! merkt